Ah, tolles Pärchen, muss ich auch sagen. Getrennte Schlafzmacher. Ach man, können wir nicht Kreuzworträtsel machen? Bitte. Ach, na gut, dann nicht. Ah, nett. Ein Schraubenzieher. Oh, für was wollen wir denn? Okay. Hm. Okay, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden da. Außergründlichkeitspunkte, aber die brauche ich gerade nicht. Oder vielleicht da drin. Ah, haha, bingo. Da ist was. Mitnehmen. Alles klar. Da ist natürlich auch wieder Blut zu finden. Schon, dann gibt es hier noch irgendwas. Ach komm, irgendwas müssen wir finden. Oder auch nicht. Ach, na gut, untersuchen wir erstmal alles wieder. Und, bingo. Das wäre ein großer Bingo. Ein Schraubenzieher war definitiv diese Röbe während des Verkaufs. Naja, Vorladung bei Press verfügbar. Na, wie nett. Ah, na gut. Müssen wir halt die arme blinde Frau doch verhören. Können wir die Ehefrau mal zum Verhör vorladen, bitte. Widow Bandarit's been lying from the start, maybe covering up for her little girl. Let's get her in here. Mrs. Bandarit, we found a robe in your pool house, covered in your husband's blood. Spatter found on the robe is consistent with someone at the scene when your husband was killed, not with contact with the body after the fact. Your daughter was at the crime scene, and we believe she may have worn your robe when she killed your husband. She did no such thing. I did. Okay. Wurde das jetzt ein Geständnis? Sie gestehen den Mord an ihrem Mann, Mrs. Bandarit? I am not about to let you make the wrong assumptions and persecute, much less prosecute my daughter. Adia has been through quite enough. Thank you. You've talked to people. Surely by now you know what a cold, controlling monster my husband was. And as his wife, I accepted this. But for my lovely daughter, life must be different. She was born here, left home to go to school. And yet, still, he tries to control her, manipulating her into an occupation pleasing to him, forcing her to work for him. Adia seemed content with these choices, however pushed upon her they might have been. But when Priyat insisted, no, demanded, Adia marry a man she did not love, a man with the same old-fashioned notions that would mean disrespect and a slavery of sorts for my precious girl, and then, when he threatened to separate Adia from myself, I had no choice but to stop him. What mother wouldn't? And so I killed him. I put him out of our misery. When I learned that that foul snake, Adash, was in your custody, I thought his karma had caught up with him. But when you begin to suspect my daughter, my innocent child, I must come forward. Jaya will be a small payment for a life of freedom for Adia. Ah, that's yeah really rührend. But don't say that it's already over. Man, nothing like a confession to make a CSI's day. Even at night. Hold up. Problem. Daughter's just confessed to the same murder, mommy did. Adia Bandarid is in the interview room. Talk to her. Okay, don't know that's all right. I already said. Okay, is there anything you want to tell us to tell us? I just heard heard that my mother confessed. She's trying to take the blame for me. Surely you can see that that she's sacrificing herself for me. Still hazy. Why don't you clear it up? I did it, obviously. I swear. I wore the robe, killed my father. You've gotten the picture, right? How horrible he was to her? She was chattel. That sexist, traditional nonsense was bad enough, but then his pride robbed her of her very eyesight. He was gonna separate mother and me if I didn't marry that pathetic weasel. I couldn't stand for that. For any of it. I killed him. I killed him. I killed him. I killed him again if I could. Arrest me. Let my poor sweet mother go. Not that simple. Both you and mom have motive and opportunity. But one of you is lying. So you have two confessions. One murderer and one liar. What's your next step? When in doubt, go back to the evidence. Only I'm not finding anything conclusive here. Both the mother and daughter have motive. Either one of them could have worn the robe. Both were linked to the victim's blood. I just can't find anything that points to either of them conclusively. German philosopher Arthur Schopenhauer said every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. It's possible you're letting your own perspective blind you to the evidence. Are you seeing something that we're not? Not from here. Go back to the scene of the crime. Put yourself in the killer's place. And remember, even the best of us can miss important evidence sometimes. Okay. Was kann ich Ihnen übersehen haben? Na gut. Schauen wir uns um. Hm. Na, jetzt die gute Frau ja weg. Aber ansonsten... Was kann ich Ihnen übersehen haben? Oh. Okay. I wonder if Gris ever gets tired of being right. If I were standing where the assailant did and struck the victim, then when the weapon came back, the blood cast off would fly right because I'm right-handed. From this position, Spatter clearly swings to the left, hitting the wall with no swings to the right. Okay. Also Linkshänder war ja. Our killer is left-handed. Now we just have to find evidence to determine whether the lefty is mother or daughter. Hm. Nett. Okay. War's das jetzt mit dem Tatort oder... Nein. Na dann. Mal schauen. Ich muss jetzt noch rausfinden, ob sie Links- oder Rechtshänder fahren. Na toll. Wie soll ich das machen? Hm, hm, hm. Hm. Okay, damit garantiert nicht, aber... Mal schauen, vielleicht im Poolhaus da war auch ein Kreuzwort-Rätsel. Mal schauen. Irgendwie werden wir es schon schaffen. Aha. Haha. Wusste ich's doch. Also, Fingerdrücke sind hier schon mal nicht, aber das sollte uns auch erst mal wurscht sein. Ab zur Untersuchung. Eine Spezial-Suche. Mal schauen. Und? Was gibt es? Based on the slants of the letters and the direction of the smudge marks we can safely say that Mrs. Bandarit is left-handed. Place settings in the daughter's kitchen indicate one is right-handed, the other left. Crossword-Handwriting says the mother was the definite lefty. We have our killer. also. Wer hat jetzt also wirklich die Täterin, oder wie? Ich glaub, das war ein Tick zu einfach. Okay, das war auch zu einfach. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr machen. ist die Täterin. Ja, Sieht wie eine rechte Hande, eine lefte Hande. Frau Bandery hat uns gesagt, dass ihre Frau immer ihre Mutter zum Essen hervorruft. Aber es ist kein Weg, um zu entscheiden, wer wo steht. Oder vielleicht hier oben noch? Ach, Herr im Himmel. Also ich persönlich kann hier nichts mehr finden. Kann höchstens hier noch was sein. Irgendwo. Oder vielleicht noch irgendeinen Beweis näher untersuchen. Ach, ich weiß es doch nicht. Mal schauen. Da ist auch schon alles durchsucht. Hier auch schon fast alles. Okay, warum sollten wir eigentlich den Schraubenzieher mitnehmen? Also ich persönlich kann da nichts erkennen. Und hier... Ah, bestimmt ist dieser Fetzen von hier irgendwo... ... 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 Warum haben wir den Schraubenzieher da? Ach, Mann. Okay, Robbins, hast du was Neues? Okay, er hat nichts Neues. Na, go. Mal schauen, ob wir damit vielleicht die Kiste aufkriegen, obwohl ich das bezweifle. Ne, können wir gar nicht anwählen. Ach, zu schade. Mal schauen, die war noch was zu sagen. Mal gucken. Wir werden das heute noch schaffen. Ob die wollen oder nicht. Okay, wir fanden Hinweise auf einen Betrug auf ihrem Laptop. Ja, klar. Und hör auf mit deinem Hundeblick, das zieht bei mir nicht. Können Sie das Memo erklären, das wir in Ihrem Wagen fanden? Was, Memo? The one from Adya, your bride-to-be, threatening to let her daddy know you'd been stealing. Again, I must point out that what may look to you like stealing is a mere misunderstanding. My sweet and lovely Adya has the tiny fault of getting largely excited over the smallest of matters. As I say, I would have corrected these trivial mistakes. I take perhaps foolish pride in the luxury vehicle. I'm blessed to drive. I'm meticulous in my, what's the word? Upkeep. I keep it up. I keep it clean. I bought a portable vacuum to help in this crusade of cleanliness. Okay, wo bewahren Sie den Staubsauger auf? Oh, let me think. I believe in my toolbox. Mind if you take a look? We'll need your keys. I'm honored to help you in your investigation. Thanks. I'll hold on to him. Vielen Dank. Okay, das heißt, wir können den Truck schon mal sicherstellen. Okay, I've unlocked the toolbox, but didn't find any tools. Just cleaning supplies. My goodness gracious, but Dr. Dewan is neat. Ach, na sowas aber auch. Ach, schön, dass wir wieder mal durch Zufall weitergekommen sind. Hohoho, ganz schönes Gerät. We can work with that on the assembly table. Her damit. Denk mal, jetzt sind wir hier auch fertig, oder? Ja, sind wir. Supi. Ja, dann auf dem Montagetisch damit. Ach, und da war ich mir doch so sicher, dass wir schon fertig wären, aber was soll man machen? Oh, ein Penny. Den behalte ich. Aha. Genau, das überprüfen wir jetzt auch. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja, wir würden gerne noch mal mit D-Wand sprechen. Er ist jetzt auf der Weg zur Interrogation. Und los geht's. Also, mein Freund. Wir haben Beweise dafür, dass Sie sich in der Tatnacht am Tatort aufgehalten haben. Ich weiß nicht, das ist wahr. Surely, das ist ein Terrible Misunderstanding. Hier ist was wir verstehen. Ein Porcelain Chip von einem Teacup in deinem Vakuum matchs ein Broken Cup in der murder scene. Wir haben Sie auf den Fragment auf den Fragmenten. Ihr Fingerprint auf den murder weapon. Und Ihr Fahrzeug auf den crime scene. Es geht nicht 20-20 Visionen. Es geht nicht 20-20 Visionen. Sie bringen Sie in der Fragmenten. Sie sind ein Suspekt. Dr. Dwan. Oh, mein goodness gracious. Das sieht sehr schlecht aus. Aber ich bin ein Innocent Party in diesem Gilti-Matter. Ich habe nicht zu meinem Freund und Kollegen. You're right, it does look terribly bad. Please, listen. I'm new in this country. It takes much funds to start living in a new place. My colleague's daughter, she finds out in some devious fashion. She threatens to tell the good doctor unless I quit and run away. How could I consider this? I had agreed to marry the doctor's daughter. My family would be disgraced, would be devastated. So I drive to his house last night to bare my soul and to beg for forgiveness. The door I find open. No one answers my call. So I go inside. But something, it doesn't feel right in the air. Something forbidding. Still, I go up the stairs to the bedroom. Then I saw him. My benefactor, my friend, dead. I knew at once I will be the suspect. I panic and flee in my vehicle fast as I can. Naja, klingt zumindest ein halb explosibel. Okay, Tivan können wir wohl erstmal von der Verdächtigenliste streichen. She's on her way to interrogation now. Okay, können Sie was Neues berichten. Miss Bernhard, wir möchten, dass Sie Ihr Geständnis zurückziehen. No, I won't. I told you. I explained it. Weren't you listening? I killed my father. And I'd do it again. Maybe you would do it again if you had the chance. Only you didn't do it in the first place. Forensics tells us your father's killer was left-handed, like your mother. You're right-handed, meaning there's little chance you could have wielded that fireplace poker. Much as it may disappoint you, Adja, you're innocent. Yeah, that's hot. Your mother can no longer bear her controlling husband. So she grabbed the fireplace poker and for once took charge of her own life. And his. Then she went to your house and you helped her wash off before she hid the robe at the pool house. All right, all right. But before you go any further, stop and think. She didn't do this for herself. She did it to protect me. All those terrible years, she never once complained. Never challenged that demon. My father was the monster here. My mother the victim. To be pitied, not tried for this. This necessary execution. She's on her way to interrogation now. Your daughter also confessed to the murder of your husband. But the evidence agrees with your version. Of course it does. She is innocent, trying to protect me. We know, Mrs. Bandereet. Your daughter is right-handed, but Mr. Bandereet was killed by a left-handed person. Like yourself. I owe you thanks. I know I said some cruel things to you before, and I am sure my daughter has done the same. But I thank you for finding the truth in this, and not allowing to stand the injustice of my daughter being blamed for my act. She should be free. She has been inside the prison my husband built for her long enough. Huh. Huh. Now we really can talk about the end. We did fine. Great in fact. Nice having another sharp pair of eyes. Justice may be blind, but CS eyes gotta see every detail. Check in with Gris for your evaluation. Na, immer gerne. All right, here's your evaluation. Na, done. For evidence, there were a few items you didn't find, or fully process. For hints, you didn't need any at all. And, at the end of the day, you followed the evidence to a clear conclusion. I can't argue with that. Sure. Not bad. You've earned a solid middle ranking. A couple of clear areas to improve for next time. And, by the way, thank you for all the new specimens you found for my collection. Ach, immer gerne. Tja. Was soll man dazu sagen? Der vierte Fall ist schon geschafft. Unglaublich. Das ging ja wirklich flott. Na gut, man kann sich ja nicht ewig mit einem Fall befassen. Und jetzt kommt wohl der letzte. Der Peacemaker. Na dann, Spiel laden und hören, was es im letzten Fall dieses Spiels auf sich hat. Ich bin glücklich mit deinem Prozess. Aber ich denke, es ist Zeit, dass wir ein Fall zusammenarbeiten, nicht wahr? Wir haben jetzt eine Wild West-Shootout aus dem OK-Korral. Aber es gibt nichts OK über den Mördern. Alles klar. Jetzt sind wir mit Größen persönlich an der Sache dran. Schön zu wissen. Okay. Auf zum Taterort. This Old West Tourist Museum is only the latest attraction to play off Vegas' outlaw heritage. But our Vic, over behind the cash register, is an all too realistic exhibit of modern-day violence in Vegas. Suspect gave himself up to the first officer on the scene, who found two 9-mil-Handguns on the floor. Alles klar. Na dann. Aber das machen wir erst das nächste Mal, denn ich mache jetzt eine Pause und bearbeite erstmal das bisher aufgenommene. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.